Ich hab seit zwei Jahren nicht mehr gearbeitet. Alles, was ich anfasse, läuft schief. Du bist nicht David Bowie, Papa. Und du wirst es auch nie sein. Ich fürchte, da ist wohl jemand noch depressiver als ich. Mein Name ist Delphine und ich bin Alkoholikerin. Was mich gerettet hat, ist mein Synchronschwimm-Team der Männer. Sie sind sehr vielversprechend. Um in diesem Team zu sein, braucht man Willensstärke, Grazie, Rhythmus und einen gesunden Lebensstil. Denkst du, du schaffst das? Bist du ein guter Schwimmer? Ja. Nun, ich bin nicht schlecht. Also gut, dann bist du im Team. Was ist das denn? Ach du meiner Scheiße. Das sind die Weltmeisterschaften. Das ist deine Fantasie. Wer ist dabei? Ich. Ich bin auch dabei. Ja, wer heißen wir? Equipe de France. Wieso nennen wir uns nicht Delfinmänner? Nein. Nein, kommt gar nicht. Glaubt ihr etwa, dass ihr so gewinnen werdet? Wir wollen eigentlich nur dabei sein. Nein, du müsst ja. Der Spaß ist vorbei. Wir gehen jetzt nach draußen und da werden wir laufen. Ich habe meine Laufsachen nicht dabei. Ist nicht so wild. Na los, na los, du Fettwarn. Oh Mann. Dieses Miststück wird uns umbringen. Zwei Stunden, meine Dickerchen. Erlaubt der Frau in euch, sich auszudrücken. Ich habe keine Frau in mir. Aber klar doch, davon werden dir nicht die Eier schrumpfen. Im Gegenteil, die könnten vielleicht sogar noch wachsen. Lassen wir den Wettbewerb beginnen. Ist das ein bisschen zu orange? Nein. Das ist Bräunungscreme. Zitterst du? Ja, ich zittere. Zitterst du etwa nie? Nein. Das bedeutet aber nicht, dass ich keine Angst habe. Weißt du überhaupt, wie die Leute über ihn reden? Er ist mein Mann. Ich bin stolz auf ihn. Träume sind wirklich sehr wichtig. Wir wissen, dass ihr Angst habt, aber wir sind für euch da. Und wir wollten euch auch sagen, dass wir euch lieben.